Prost! Also vom Äußeren soll man sich da nicht so beeindrucken lassen. Die scheinen doch ganz sterilisiert zu sein. So gut, davor waren wir in der Zeitung. Was ist los mit dir, du Pfeifer? Na? Hallo, ist Mund ab? Hallo, ist das lecker? Entschuldige, Schatz. Und wenn ich sage, du isst, dann isst er auch. Wenn du's? Ja, so ist fein. Noch einen für den Ingo. Na, für den Ingo! Ja, für den Ingo! Brav! Prost! 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 Na bitte, ist doch alles gut gegangen. Prost! Oke so! Prost! Untertitelung des ZDF, 2020